Hey Ho! Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir sind heute mal ein bisschen weiter außen aus der Stadt. Wir gehen hier picknicken, hier ist voll der geile Fels. Deswegen sind wir hergefahren mit ein paar Freunden, die ich hier kennengelernt habe unterwegs. Die seht ihr bestimmt auch gleich im Video. Ich fahr gerade ein Stückchen weiter weg und deswegen laufe ich jetzt gerade erst in die Richtung von denen. So. You can ride out of the blue I wanna do what you want to Es sind immer mehr Treppenstufen hier nach oben. Hey, hey, someday, someday, I've been saving, I've been saving you Oh, this is the way down. Just jumping. Yeah, you have to come. Look, look down. This is the way down, we have to go there. You jump! Salut! I catch you. And you clap me too. We can always make it through. So, ich bin gerade zurück vom Picknick und ich habe mich mit zwei Mädels abredet. Wir gehen jetzt in ein Eisbad. Es wird, glaube ich, ganz cool. Es ist so alles aus Eis da drin und mal gucken, wie das so wird. Und vor allem ist es richtig, richtig kalter. Aber das seht ihr natürlich erst im nächsten Video. Haut rein. Ciao!